The New Crafter. The New Dimension. In diesem über 100 Jahre alten Stahlwerk, wie ich finde, die perfekte Spielfläche für den Neuen. Er wurde und wird heiß erwartet. Also heute bringen wir ihn hier für Sie aufs Parkett. Das heißt, Sie dürfen all seine Facetten genießen, mehr über ihn erfahren. Und wir starten mit einem Herrn, der uns gleich mit reinnimmt in die Entstehungsgeschichte. Und er war wirklich ganz, ganz nah dran, weil er einfach der Verantwortliche für die Gesamtentwicklung ist. Also, er hat ihn begleitet, den neuen Crafter. Vom ersten Zeichenstrich bis hin zur ersten Asphaltberührung. Er ist der Vater des Crafters. Begrüßen Sie ganz herzlich den Vorsitzenden des Vorstandes der Marke Volkswagen-Nutzfahrzeuge, Dr. Eckart Scholz.